auch wie geht es cool ist das panzer ist mit drauf rechts durch da so können wir tun gott sein habe ich die tarnfarben nicht auch gekauft wir sind ja morgen billiger musste kassel zu besser und zwar mit absicht links waren rechts durch hat er schon recht abzeigen ist auch gut kann ich mal ein paar panzer von mir wieder verschönern der IS-2 fahren wir weg du hast Mundgeruch das ist Robo Alex Robo Alex 2016 bitte kommen verstehen nicht warum die IS-2 nicht ein B dabei hat weißt du IS-2 Berlin kommst immer durcheinander oh der Uni ey so IS-2 ist IS-2 ich sag mal haben die den stein hier wirklich weggenommen ja guck müssen wir Henne erzählen dass wir da nicht mehr stehen können oder ist das hier nur äh 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 soll ich bin offen da steht was auch offen da ist er da ist er der kleine dicke Piz Entschuldigung wo habe ich auf der chancen ob ich getötet Eichhörnchen beim függen arme Eichhörncheib ok der ging nicht durch ok ich habe ihn auch nur mit Steppen gezogen aber jetzt kriegt er ja das nennt man Fokusfeuer aber mein Fokus war nicht mit dabei er hat mir 762 angezeigt ja ich war jetzt in die Mitte dreh doch dreh doch ey das gibt es nicht aber ich habe ja 1100 Schaden schon gespottet ich will eigentlich da in das nächste Haus ey trau mir nicht vorfahren ich will einmal da blind reinschießen ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ihr seht mich alle nicht lalala bin safe fv links Danny komm ich nicht ran komm ich auch nicht ran check so einmal rechts vorm Haus nochmal blind steht keiner naja der ging voll durch ihre Panzerung Tiger 2 kommt seitlich zu uns Das ist aber ein Lowroll des Todes Tiger 2 auf Kette Kein Problem Das sind nur die Ansagen Dann kriege ich hier von überall Beschuss Tiger 2 ist gekettet Wir kommen zurück Na komm, fahr noch ein Stück zurück Tiger, bitte Minnow Ja, noch Noch ein Stück Der 64er, der geht nicht auf Nein Hey, ich hab null Schaden ne Äh, Skorpion ist gekettet Kommen wir nicht rein Habe angenommen Ja Angenommen und Habe mit zu fahren? Lass uns mal zum Channel User left your channel User left your channel User left your channel User left your channel Ich weiß nicht, dass ich gar nicht entfahren soll Jetzt kriegen wir nen Pupsch auch gleich Nein, ich guck schon wieder auf die Minimap ey Ja, ich bin draußen Geil von hinten anbaut und fahrt und fahrt und der 121er hinter dir Und der 121er hinter dir Oh, der 121er ist tatsächlich Ne, er schießt durchs Fenster Gut Sonst lass mich hier echt outplayen, ne? Ja, fahr einfach hier zum FV her, äh, FC innen Auf! Der ging voll durch ihre Panzerung Auf! Ich verstehe auch nicht, wie man hier durchfahren kann Vier Panzer sind hier tot So bescheuert Man gewinnt die Seite und dann die Mitte Fünf sind da sogar gestorben, krass Aber egal Die Artie ist auch mal Hatten wir ne Artie? Ich hab gar keine Artie Einschläge gesehen bei denen Ich hab nur grad gesehen, äh, Skorpion fällt vorbei, ne? Und Artie schießt erst, wenn er grad vorbeigefahren ist Halbe Stunde noch, Markus oder wie lang? War der kurz weg? Hat er was gesagt, Deines? Ich hab nichts mitgedrückt Markus? Markus? Soll man ne Runde ohne ihn dann, oder wie? So, warte mal ein paar Sekunden Was? So, warte mal ein paar Sekunden So, warte mal ein paar Sekunden Ja, ich lasse nicht. Ja, ich bin ein Tape und mich da bewegt. Wie? Ich lasse nicht. Ja, ich bin ein Tape, was, das ist ein Tape, Markus kochst du? 11,1, ey, fuck. Ja, dann machen wir noch eine Runde an der Uni. Wir haben ja guten Willen gezeigt. Ich kann ja ein YouTube-Video machen, wir warten auf Markus. Wird bestimmt spannend. Ja. Wann kommt er? Ratet. 100 Goldpreis. Naja. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Ich bin weiter unten. Schlachtergasse? Ja, ja. Check. Ich fahre hier die A9 und dann komme ich zu dir. Sonst müsste ich erst drehen und sowas. Habe ich keinen Bock, ey. Jetzt hat er sich gemeldet. Ja, jetzt hat er. Markus? Ja. Gut. Ich hatte Danny gefragt, ob du gesagt hast, dass du weg bist oder so. Wir haben auch gewartet. Kannst du ein Video sehen. Wir haben leider verloren. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das blöde war, dass sie da unten durch sind, ne? Das war der Fehler. Erstmal Mitte und Links aufräumen, dann rechts. Leider. So. Okay, keine Art, ja, dann kann ich jetzt stehen. Das ist toll. Sind die T-34 schon offen? Nee, ne? Weil von beiden gleichzeitig kassieren, habe ich jetzt echt keinen Bock, ey. Na ja, komm, der nervt hier ein bisschen. Du bist da, Danny. Ich bin direkt hinter die hier. Die S ist oben. Sorry. Achtung. Na ja, ich warte, dass die T-34 mal auftauchen. Da sind sie doch. Ach, da hinten, neben mir. Ja, la, 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 scheiße. Von oben. Ich muss hier drücken, leider. Aber ich drück nicht. Ach, das ist weg. Ich drück nochmal. Hat geschossen. Ist er leider nur auf Kette. Ja, Praller. Nee, wir müssen hier zurück. Ja, auf der Tag. Ja, wir sind recht beschossen. Achtung. Fahr hier, äh, links. Ja, fahr hier rechts rein. Geht nicht. Oder mach du halt. Da darf ich von Komponenten? Ja. So, der da oben ist down. Also, der schiebt ihn ja. Links ne, IS. Ich bin am Reparieren. Die kommen jetzt von hinten langsam. Ja, ich muss hier. Ich bin dauergetrackt. Ich kann gar nichts mehr machen. T-34 zielt auf dich. Hier, ich komm's. Ja, das machst du. Ich mach die T-34er. Wenn ich nicht dauergetrackt wär. Ach, komm. Aber trotzdem, 2-3 rausgedrückt. Bin zufrieden. Ja, gekettert. Denk dran, er lade zwölf Sekunden. Genau, wieder zurückdrückt. Nicht locken lassen. Nee, nee, du nicht. Bleib du vorne mit der Gun. Genau, wackeln, wackeln, wackeln. Oben auch. Oh, super. Chaffee. Scheiß auf den Chaffee. Der kommt eh nicht bei dir durch. Ja, verdammt. Ja, kommt nie durch, naja, ich bin schon. Ja. So, jetzt gleich vor. Der T-32 kann nicht gleich im Pup schießen. Nach der Amix auch. Alter, du musst ja hier Schaden gefressen haben. Der T-32 kommt gleich hinter dir. Ja, ich kenne den Daumen. Ach ja, alles kaputt. Sehr schön. Kannst dich schon mal umdrehen. Ich fahr ganz schnell weg. Ich fahr ganz weit weg. Nice, man. Du musst ja auch zwei Schaden haben. 2K. Ja, 2-1 und gebockt 1-9. Eben, ja, super. Ich wechsle mal kurz dahin, wo die Action ist. Und jetzt aber. Solki, komm. Boom. Jawohl. 15-7. Aber doch noch gut hinbekommen, ne? Ja. Dafür, dass wir 2 T-34 IS Achilles, was kam noch? Keine Ahnung. Ja, wir sind halt nachzu zwei gegen die alle, also. Eben, tipptopp. Trotzdem sind wir beide um. Ja, vom Schaden her, cool. Guck mal, geblockt habe ich zweieinhalb. Du Monster. Du 1-9. Ne, der 112er ist geil. Ich liebe diesen Panzer. So, Danny. Wie ihr sehen könnt, ist unser Clan-Chef sich nicht mal zu schade, mit uns Bots zu fahren. Ist das nicht nett von ihm? Markus, bist du da? Die gemutet. Ja, wir sind im Gefecht. Ja, ich bin noch da. Achso, cool. Machen wir die Heavy-Gasse oder Hülle? Heavy-Gasse. Da hinten hülle kann ich jetzt mit der gar nichts ausrichten. Da müsste ich komplett wieder rauffahren und dann kämpfe ich lieber rechts. Ja. Ich überlege nur gerade, ob ich Wasser fahre oder echt in die Gasse. Bei Gasse stehen wir wieder so lang, aber egal. Schön den Turm ausnutzen. IS-3, bitte nicht. Bitte nicht. Ach, es ist doch so schön mit euch. Können wir gerne wissen. Er muss ja auf unseren Cap aufpassen, weißt du. Da gibt es keinen Platz für mich, vorbeizukommen. Was wolltest du wissen? Ich muss euch schnell hin. Was ich wissen wollte, ob die den Straßenverkehr auch so fahren. Ich glaube, die haben gar keinen Führerschein. Echt nicht. Und auch keinen Innspiegel, Außenspiegel. Die haben gar nichts. Wir haben ein Dreirad. Ja, also T30 wird da unten in der Kuhle schon stehen. Oder auch nicht. Gut. Oh, Hill ist verloren. Ich lade die zweite Kugel gleich skill. Weil da müssen wir hier ein bisschen Druck machen. Ich bin auch bald da. Ich bin auch bald da. Ja, ja, der Cupola. Ich drück. Ich gehe rechts vorbei. Idiot. Ich komm, ich bin da. Ich fahr rüber den Hügel. Ja, die Kacke ist, dass sie den Hill haben. Ja, die Kacke ist, dass sie den Hill haben. Jetzt habe ich Heat-Mumpel auf den geschossen für nix. T30 hat, glaube ich. Naja, hat. Pass auf, wie ich kreuze. Nee. Gerade, wenn ich schießen kann. Egal. Ganz rechts außen, Danny. Wenn wir jetzt hier fahren, sind wir am Arsch. T30 hat geschossen. Check. Ich bin eh gar nicht in seiner Feuerreichweite. Ich fahr ganz, ganz außen. Ich schalte direkt aufs Cap, wie es sich gehört für den richtigen Gamer. Für den Bot, ja. T30 hat wieder geschossen. Mhm. Ah, die hat geschossen. Boah, das Cap gehört mir hier, ey. Tim Noobs. Noobs. Ist gelesen. Tim Noobs. Der ging voll durch ihre Panzer rum. Ach, verdammt. Ich bin offen. Und der Ude ist seine Schere an. Der ATL kommt zu mir. Ich hab verschossen, ich trottel. Sorry. Hä? Ich treff die Kette nicht, krass. Ach so. Fuck, ich ziehe dir rot. Ah, ich frage mir die Hilfe, ja. Ja, ist vorbei. Bin raus. Wir hätten besser zusammenstehen sollen. Wir waren zu getrennt. So hatten sie die Chance, uns rauszunehmen. Aber 2,1 schaden das gut. Okay. Der Mutts ist auf dich eingegangen, Markus. Ach so, da kommt ja noch was. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. 2,1 schaden, ey. Geht. Läuft bei denen. Mensch, dass wir nie ein Zehner-Game sehen, ne? Oh, ho, ho, ho. Ja, merkwürdig. Ja, ne? Scheiß Matchmaking. 1,2, würde ich sagen. Ja. Oder wir pushen die Brücke durch. Nicht mehr Schaden machen, 1,2. Machen wir ja, guck mal, die Brücke durch und dann Friedrich 7, alles aufräumen. Ah, ich halte euch den Rücken frei. Friedrich. Als Foxtrot 7. Nein. NATO-Alphabet, Mensch. Lass mal machen, Markus. Komm, bitte, einmal. Komm, Brücke durch. Ich habe eben gerade von 55% wieder auf 54,99. Du hast Gunmark? Nee. Gunmark habe ich noch gar nicht geguckt. Ja, du spielst ja nie die Spiele mit, wo wir gewinnen. Haha. Ja, Mark, bin ich ja erst am Anfang. Das ist jetzt mein viertes Gefecht, oder wieviel? Keine Ahnung. Bis ich da hinten durch bin. Also, ihr müsst auf jeden Fall beeilen nach hinten. Ich fahre hier rechts. Check. Geht gleich unten links. Ich guck gar nicht nach rechts. Genau deshalb. Spick ist hier. T71. Nein. So, und jetzt stehen wir ja hold down hier. Ja, ich räume von der anderen Seite auf. Check. Nach! Ach nein. Nach, mein Geschütz. Ach Gott, wir wollen ja mal veräppeln, hm? Ich komm. Pass auf links auf. Da ist der T71. Gehen wir jetzt von hinten aufräumen Pacific, ne? Oh, hier ist ja auch was. Ich aime. Ich bin gebounced. Südwestepäis erwischt. Kette beschädigt. Mit dem schweren Panzer kommts alleine klar, ne? Ja ja. Ihr müsst euch beeilen, die drücken jetzt hier, das ist nicht gut. Na, er blockt nur gerade den Schweren. Nimmst ihn raus jetzt? Kommt man nicht um das andere, ich mach den schon. ETO? Mensch, Spick, ein Skorpion, sieh zu. Da krieg ich nichts mehr ab, ich stell mir jetzt Cap. Warum kickst du hier nichts mehr ab, guck mal wie viele Gegner noch sind. Ja, guck mal wie viele die am Arsch recken. Ja, mir auf jeden Fall. Ja, die IS kommt immer durch, ey, egal, ey. Ja, ich bin da. Ich treffe die Kanone von dem toten Panzer, also echt langsam, glaube ich. Ich werde jetzt mal eben nach Gamba gucken, da bin ich ja auch mal. Entschuldigung für Schaden, Alter, da muss mich aber einer getroffen haben. Ja, aber das mit Brücke war gut, die Idee, eigentlich. Hm, da durchpushen. Als Top Tier kannst du's machen. 57. Oder was sagst du, Markus? Die Idee ist mit der Brücke, war gut, oder? Ja, weil da nicht mehr so viel Stand, ne? Ja, selbst wenn, die Bouncen ja an uns. Dort drüben hätte ich mehr Schaden gemacht, aber 2,4 kann ich sehen. Oh, endlich mal die andere Seite, ey. Bis jetzt war ich immer auf der anderen. Ey, wo fang ich denn an? Ich will zu den anderen. Ich bin spezifik. Ich kann's ja rüberfahren. Jetzt. Geht nicht, ich drück ja. Eine Artie. Juck, ne ganze. Jo, dann Kommando geben, wenn sie geschossen hat, ne? Wie lange lädt die nach? Ihr Clicker? Aber der, keine Ahnung. Ne? 20. Sollen wir 20 Kunden? Ja, okay, das bringt auch nicht grad viel, ne? Die Engländer können hinter Steine schießen. Was, für die existieren gar keine Steine? Ja. Da ist alles Flachland. Hey, da ist der Kilimajaro. Egal, wir schießen durch. Guck dir die beiden Bots auf dem Hill an, ey. Ja, der hatte bestärkt gefüllt, der thront den Fisch. Ich hab keinen Bock auf die Artie, ich werd links hier fahren. Vielleicht hab ich ja Glück. Ich weiß nicht, wird die Artie schnell, oder? Jo. Ja, dann kann sie auch hier bei, äh, A0 stehen da hier bei, oder B9, B. Okay, ich fahr noch mal einen vor. Also ich bin jetzt gleich bei denen hier. Ja, ich bin hinter dir. Weitschack. T49 offen. Ja, dann müsste auch die Artie stehen. Wo? Ne, ich muss hier durch. Ich bin am Arsch, so oder so. Was macht ihr da hinten, Markus? Ihr seid da? Wir sind da. Ja, die Artie steht da. Ich hab ein WZ am Arsch. Wir müssen auf jeden Fall hier durch, also sonst sind wir hier weg. Wir haben WZ. Ferdinand kommt. T49 schießt mich die ganze Zeit ab, ey, drück doch mal. Ich muss hier durch. Warte, lass mich vor. Sie zählen erst auf mich. VKB hat geschissen. Okay, beiden, helf ich, zählen auf mich. T28, Prot. Ach, der eigene, super. Bin auf den T34. Ich hab runtergeschossen. Crusader steht da nicht. Was redest du? Ja, ja. Schieß doch, Danny. Nimm ihn raus. Ich kann ihn schießen. Crusader steht hier in der Stadt, Danny. Das ist der T49 gewesen mit HE die ganze Zeit. Ich wurde gerade von der Artie getroffen. Hat der Prod Sorry geschrieben oder ist das wieder so ein... ...möchtegern Mensch? Oh, sie schießt da in die Richtung. W. W. Ein frisches Fahrzeug ausgeschaltet. Auf! Na, ich glaub den Cap stehen. Hätte ich auch mal machen sollen. Da kommt immer noch kein Sorry, dafür gibt's ein Report. Beschwerde, unfaire Spielweise. Wer denn? 28 Prot. Hab ich ihn rausgenommen? Ne, er hat mir 412 gezogen. Da kam kein Sorry, dann hab ich ihn noch mal drauf hingewiesen, dass es ja nicht weh tut, wenn man das schreibt. Aber da kommt immer noch nix. Schade. Ich bin angepingt. Ich bin angepingt den stellsten Panzer hier in Spielern. Sehr schön. Stellt sich der T49 hinten hin und macht einen auf Jagdtiger. Kriff. Handgottes. Ja, ich würd sagen, war die letzte Runde, ne? Halb neun. Markus? Deinen Ton tauben schießen? Ja. Sind auch genug da. Dann hören wir auf, oder? Können wir aufhören, ja. Gut. Mach ich die Aufnahme auch mal aus. Mach ich die Aufnahme auch mal aus. Und'deinen muss. Das ist es nicht mehr und horizonte. Nein, da das ist nicht mehr. Erst, das sind nicht mehr. Und das ist 1. Earl. Elektronik. Paty.